So, in diesem Video geht es jetzt wieder um eine Fragerunde, wo ich mir einfach verschiedene Fragen angucke und dann beantworte. Und das ist jetzt die erste Frage, auf die ich eingehen möchte. Also, es war eine Antwort auf ein anderes Video, die Trennungsgründe angehen, liegt auf der Hand. Was kann ich aber tun, wenn er sich weigert, sie mir zu sagen? Ich habe versucht, beim Gespräch etwas herauszufinden, lag aber mit meinen Vermutungen daneben. Mich beschäftigte sehr, dass die Trennung für mich nach zweieinhalb Jahren total überraschend kam. Ich fühle mich gefallen gelassen wie eine heiße Kartoffel. Keine Gesprächsbereitschaft, obwohl ich von ihm über zwei Jahre auf Händen getragen wurde. Er hatte ein paar Monate vor der Trennung immer häufiger Streit angefangen und an Tag X war es dann eskaliert. Eine andere Frau gibt es nicht. Also, das Erste, was du verstehen musst, ist, dass... Naja, also, was ich hier vermute, was hier vorgefallen ist, ist, dass du Verhaltensweisen wahrscheinlich hattest, weil so ein Szenario kommt eben bei dem, was ich jetzt gleich sagen werde, relativ häufig so vor, du dir dieser Verhaltensweisen aber vielleicht nicht zu 100% bewusst bist oder er es nie klar genug kommuniziert hast. Und du in diesen Verhaltensweisen für ihn vielleicht einfach toxisch warst oder nicht gut warst, ob nun willentlich oder unwillentlich, stelle ich jetzt eine Frage. Das ist natürlich noch eine These von meiner Seite, ich kann es nicht alles wissen, aber es sieht sehr nach so einer klassischen Situation aus. Das heißt, du hast ihn vielleicht oft kritisiert und das hat er nicht gemocht. Er hat es aber immer runtergeschluckt, hat es nicht richtig rausgelassen. Irgendwann hat er sich dann gewehrt und dann fingen auch diese Streits an und hat er gesagt, okay, jetzt hat er sich vorher sozusagen schon losgelöst und dann ist er einfach rausgegangen aus der Beziehung. Oder er hat, du hast vielleicht, keine Ahnung, wurden vielleicht Machtspielchen gespielt oder so Kleinigkeiten einfach im Laufe der Beziehung, die für ihn toxisch waren und du vielleicht irgendwas auch in ihm getriggert hast, was dann eben dazu geführt hat, dass er dann der Meinung war, sich aus dieser ganzen Beziehungssache herauszuziehen. Das kann dann urplötzlich kommen, weil es so schleichend passiert und man ist selber sich auch nicht dessen bewusst, warum das so ist und woran das liegt, weil es einem auch nicht klar genug kommuniziert wird. Vielleicht wurde es auch irgendwo in Kleinigkeiten mal kommuniziert, aber nicht so, dass du es erfassen konntest, wie es ihn beispielsweise jetzt verletzt hat. Das kann so ein Hintergrund sein, dass eben das dann so geführt hat, dann hat er sich halt aus der Beziehung schon vorher entliebt, bewusst entliebt. Dann fing auch diese Streits an, wo er dann wirklich angefangen hat, Konter zu zeigen und dann hat er sich aus der Beziehung herausgezogen und hat sie dann beendet und du stehst da und weißt halt, was ist denn jetzt los, das verstehe ich überhaupt nicht. Was für dich erstmal wichtig ist zu verstehen im ersten Schritt, wenn du toxische Verhaltensweisen eben hattest, mal wirklich ehrlich zu sein und zu reflektieren, da reinzugehen, weil wenn dort die Veränderung passiert, hast du auch die höchste Chance davon Erfolg. Das heißt, guck dir an, habe ich ihn vielleicht irgendwo an bestimmten Punkten zu viel kritisiert, bin ich ihn dort übergangen einfach, habe zu wenig Space gelassen, habe ich ihm dort nicht genug Aufmerksamkeit gegeben oder nicht richtig zugehört und so weiter. Das sind so ganz viele Kleinigkeiten, auf die man achten muss. Dass du mal da genau schaust, ob da was ist oder was vorliegt und dir das anguckst und diese Trennung als einen Spiegel wahrnimmst, wo du an genau diesen Punkten eben für dich wieder ins Wachstum kommen kannst. Das ist wichtig. Und ansonsten gilt das Prinzip, eben einen reduzierten Kontakt aufzubauen. Kontakt kann kommen, aber nur wenn er sozusagen die Initiative ergreift, ob er hinterher rennt von deiner Seite, ist absolut verboten, weil das bringt einfach gar nichts. Und dass du gleichzeitig, während du das tust, ins Wachstum gehst, in die Weiterentwicklung gehst, dir wirklich das anschaust. Und die Trennungsursachen muss er dir nicht sagen. Du musst da einfach nur in deine Intuition reinhören, ganz tief reinhören und dann wirst du da sehr viel schon für dich selbst entdecken. Und ich kann mir hier sehr gut vorstellen, dass in viele Verhaltensweisen an dir vielleicht einfach nicht gepasst haben, weil eine neue ist ja auch nicht im Spiel, wie du sagst. Er das aber nie richtig kommuniziert hat, weil er einfach Angst davor hatte, das zu kommunizieren, beziehungsweise er vielleicht viel in sich reinfrisst, er vielleicht auf diese Weise damit umgeht und dann ist er irgendwann in diesen Konfrontationsmodus gegangen, in diesen Reibungsmodus. Ich hole mich da raus, ziehe mich raus, ich zeige jetzt Konter. Und das war auch schon der Moment, wo er sich schon sehr viel von dir befreit hatte und deswegen das auch konnte, weil schon die Unabhängigkeit stärker war. Und irgendwann kam der Moment, okay, jetzt zieh ich es durch, jetzt mache ich es. Und dann ist er einfach abgetaucht. Und deswegen brauchst du hier einen reduzierten Kontakt, aber gleichzeitig musst du in die Weiterentwicklung gehen. Weiterentwicklung heißt, dass du dir diese toxischen Seiten eben anguckst, die du vielleicht irgendwo hast. Wir haben die alle, da kann sich kein Mensch auf der Welt rausnehmen, der eine mehr, der andere weniger. Und dass du dir anschaust, in die Heilung bringst, in die Veränderung bringst. Und dann besteht eben auch die Möglichkeit, wenn der Kontakt aufnimmt, dass Kontakt wieder entsteht. Wenn du in eine Weiterentwicklung gehst, es gibt Möglichkeiten, das bekannt zu machen, ihm das zu zeigen, dann hast du natürlich da die besten Chancen. Und sobald das dann halt passiert ist und es kommt wieder zu Kontakt zwischen euch und er merkt halt, dass sich viel verändert hat und du wirklich viel an dir gearbeitet hast und an diesen Sachen gearbeitet hast, die ich vermute, das ist nur eine Vermutung, hast du eben auch bessere Chancen. Ansonsten gilt für dich, dass er sich aber auch toxisch dir gegenüber verhalten hat, indem er einfach wortlos geht. Das ist auch eine Sache, die man nicht machen kann, die man eigentlich auch nicht macht. Das klingt nämlich auch schon wieder ein bisschen Richtung Silent Treatment. Vielleicht habt ihr da beide irgendwie sich bedingende Anteile. In diesem Szenario musst du auch wissen für dich, dass du dich grundsätzlich für so ein Verhalten schützen musst. Ich würde eigentlich sagen direkt Kontaktsperre, aber ich bin mir nicht sicher, ob du vielleicht auch, ohne es zu wissen, da eben toxische Seiten hattest und dadurch diese Dynamik entstanden ist, weil dann ist eine reduzierte Kontaktsperre wieder viel, viel besser und sinnvoller. Aber ansonsten wäre halt eine Kontaktsperre sinnvoll, weil du dich für dieses Verhalten schützen musst. Behalte deswegen im Hinterkopf, dass von seiner Seite dieses Verhalten, was dahinter steht, einfach rauszugehen, so wortlos, auch Veränderung braucht, wo du auch so ein bisschen das mit ansticheln kannst, falls es später wieder zu Kontakt kommt, wenn du dieser Guide, die ich dir jetzt ganz verallgemeinert mitgegeben habe, eben folgst. Also genau, das ist das, was ich hierzu sagen kann. Und da kommen wir direkt zur nächsten Frage. Das mit der Weiterentwicklung weiß ich, aber wie kann ich ihm das denn zeigen? Direkte Treffen ist wohl schwierig, wenn man in verschiedenen Städten wohnt, keine genaue Adresse hat und man selber nicht einfach rumreißen kann, wenn man alleinerziehend ist. Blockiert bin ich schon, war ich schon ein paar Mal. Diesmal ist das längste seit Mitte November. Er hält mich für eine bedürftige Frau, die ihn in eine Beziehung zwingen will. Dabei wollte ich nur, dass er sich Zeit zum richtigen Kennenlernen nimmt. Er ist kein Ex, soweit kam mir noch nicht. Er hat wohl auch viele negative Erfahrungen mit anderen Frauen. Und eine Ehe mit zwei Kindern hinter sich, getrennt seit drei Jahren, geschieden ein Jahr, etwas hinterherzulaufen, war mir wohl auch passiert und ein bisschen hinterhergelaufen und wollte wissen, warum er blockiert und dass wir das Problem eben klären. Er will es aber nicht sagen. Er hat eine sehr dicke Schutzmauer aufgebaut. Das hatte er beim Kennenlernen schon. Ich würde diese Mauer echt gerne entfernen. Ich weiß, dass in ihm eigentlich ein lieber Kerl steckt, okay. Aber er ist mit seiner negativen Erfahrung auch sehr verletzt und sehr empfindlich. Wir hatten zwei Jahre Kontakt und er hat sich immer wieder distanziert. Also, ich kann es natürlich nicht zu 100 Prozent wissen, das ist klar. Aber meine These ist hier, dass es sich um eine für dich hochtoxische Person handelt und du da absolut auf Distanz gehen musst. Weil erstens lässt er sich nicht richtig auf dich ein, das ist der erste Punkt. Und zweitens sehe ich hier dieses klassische Hoovering, so wirklich auf Abstand gehen, rausziehen. Dann will er irgendwas von dir, vielleicht Aufmerksamkeit, weil gerade irgendwie keine andere Frau verfügbar ist oder was ähnliches, etwas in die Richtung. Und zieht dich dann zu sich ran, hält dich wieder warm und schießt sich dann wieder ab, wenn er hat, was er bekommen hat. Das ist sehr, sehr toxisch. Also, wenn ein Mann wirklich verliebt ist, dann bekennt er sich auch, egal was da für Probleme in der Vergangenheit waren. Gerade in der Verliebtheitsphase bist du so einem Hormoncocktail ausgesetzt, dass du da gar nichts anderes tun kannst. Und das ist hier sehr wahrscheinlich so, dass du hier einfach toxischen Missbrauch unterliegst. Und was für dich da ganz wichtig ist, in die Kontaktsperre gehen, knallhart durchziehen, hinterher rennen, sofort stoppen, weil er weiß einfach, dass du immer verfügbar bist. Und da wirst du dir immer wieder wehtun. Und deine große Herausforderung ist eben, dich von diesen Menschen erst einmal wirklich zu befreien und das zu schaffen und sich vor allem von dem zu befreien, was dich an diesen Menschen einfach gebunden hält, der für dich so ungesund ist. Da ist es wichtig, in die Selbstliebe zu gehen und dort zu wachsen, nicht aufzugeben, auch an sich zu glauben. Und das ist das Entscheidende. Weiterentwicklung ist, ich bin mir sicher, dass er irgendwann wieder auf dich zukommt von ganz alleine. Und du musst gar nichts machen. Sobald er wieder Aufmerksamkeit oder irgendwas braucht, wirst du wieder entblockiert und er ist wieder bei dir und so weiter. Und was du machen kannst, ist, dass du dich wirklich jetzt so weiterentwickelst und so an dir arbeitest, dass du ihn überhaupt nicht mehr nötig hast, gar nicht mehr brauchst und gar nicht mehr an ihn denkst und dich wirklich befreist davon. Einfach frei davon bist, einen Menschen zu lieben, der so ungesund für dich ist und der dir so, 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 so wenig gut tut. Und wenn du das gemacht hast und deine Beziehungsstandards eben auch angehoben hast und er kommt wieder auf dich zu, ich bin mir ziemlich sicher, das wird früher oder später passieren, er kommt wieder auf dich zu, dass du dann eben wirklich die Kontaktsperre aufrecht erhältst und ihm klar machst, wenn du möchtest, dass wir in einen besseren Kontakt gehen, dann müssen sich diese toxischen Muster wirklich bei dir geändert haben. Die dürfen nicht mehr Teil davon sein. Und nur wenn das auch passiert, wenn da wirklich Veränderung passiert, ja, dann lässt du diesen Menschen erst in dein Leben und lässt ihn überhaupt erst zu. Und diese Regelung gilt für jeden Menschen. Du lässt nur einen Menschen in dein Leben und zu, der gut mit dir umgeht. Und wer das nicht macht, der geht raus. Auf diese Weise schützt du dich von Anfang an davon, weil sonst wirst du immer wieder da reingezogen, es wird dir nicht gut tun, es wird dir schlecht damit gehen. Und du wirst viel verlieren, auch an Lebensqualität, weil du vielleicht eine ganze Zeit schon denkst, einen Mann haben könntest, der dir viel besser tut und du einfach auf den falschen Mann fokussiert bist, weil du dein Beudeschema noch danach ausgerichtet hast, nach vielen inneren Kindenmustern, die eben in dir sind. Das heißt, Weiterentwicklung in deinem Fall bedeutet, dass du an den Punkt kommst, dass du ihn oder sie gar nicht mehr brauchst, um glücklich zu sein. Erst dann hast du die Weiterentwicklung tatsächlich geschafft. Und das ist wahrscheinlich auch die Lektion für dich im Leben gerade, in der du gerade steckst, die du auch annehmen solltest, die du auch akzeptieren solltest. Weil es, ich sag mal so, das Universum, das Leben, wie man es nennen möchte, gibt dir auch gerade gar keine andere Chance, als dass du es annehmen musst. Und geh da rein, entwickle dich so weiter, dass du so zufrieden mit dir bist, durch viel Arbeit einfach an dir selbst, dass du ihn überhaupt nicht mehr brauchst. Ich sage nicht, dass du ihn nicht mehr lieben sollst, aber du brauchst ihn nicht mehr, weil du schon so glücklich bist mit allem drumherum, was du für dich hast. Und wenn er dann wieder zurückkommt, wenn er dann wieder, ich stelle die These auf, mit einer Hoovering-Methode wieder zu dir findet, und du hast diese Weiterentwicklung geschafft, dann hast du auch die Kraft und die Stärke, eben die Pistole auf die Brust zu setzen und zu sagen, hey, das kann funktionieren, aber dafür musst du jetzt auch in die Veränderung gehen. Wenn du das nicht machst, dann ist das zwischen uns beiden hier nicht mehr. Dann kann ich das leider nicht machen. Und wenn er dann darauf reagiert und auch in die Veränderung geht, was eine Chance ist dafür da, dass das passiert. Einfach weil er sich beispielsweise, er würde dich jetzt schlichtweg verlieren, wenn er das nicht machen würde. Das ist auch die einzige Chance, wo du ansetzen kannst. Und dann geht er tatsächlich in die Veränderung und Entwicklung. Und dann passiert das. Dann erst macht es Sinn, sich wieder zu treffen und aufeinander zuzugehen. Alles andere ist für dich toxisch Selbstsabotage und wird dir tatsächlich nicht gut tun. Und genau, das ist das, was ich dir halt zu diesem, was ich dir jetzt rausgelesen habe, zu sagen kann. Und das ist erstmal alles. Nur zwei Fragen. Schreibt mir gerne eure Fragen, die ihr habt, unter die Videos. Dann kann ich euch da auch weiterhelfen und werde dann immer wieder Videos draus machen. Solange es noch so frisch ist, dieser ganze Kanal, beziehungsweise noch so wenig Aktion ist, ist das auch umso besser, dass ich die finde, sehe und eben dann auch ein Video draus mache. Und genau, in diesem Sinne sehen wir uns beim nächsten Video. Wenn du mehr über mich wissen möchtest oder Hilfe brauchst, kannst du auch in der Infobox nachschauen. Da gibt es Möglichkeiten. Unabhängig davon würde ich mich freuen, wenn du ein Abo dalässt oder ein Like und so weiter und so fort. Das ganze Pipapo und wir sehen uns dann beim nächsten Video. Ciao.